Herzlich Willkommen zum Begleitvideo meines Buches Windows 8 Schritt für Schritt einfach erklärt. Heute zeige ich Ihnen, wie einfach Sie Programme von Ihrem Computer entfernen können. Hierzu gehen Sie mit dem Mauszeiger über das entsprechende Programm, ein rechter Mausklick. Unten scrollt eine Leiste auf und Sie klicken auf Deinstallieren. Rechtsklick, noch einmal Deinstallieren. Möchten Sie wirklich Deinstallieren? Ja. Und das Programm wird entfernt. Es dauert einen kleinen Moment. Sogar zwei kleine Momente. Nun sind es schon drei. Das ist natürlich immer davon abhängig, wie umfangreich das Programm ist. In diesem Fall sind es 332 MB. Das ist schon eine Größe. Ja, ich möchte es zulassen. Dasician. Sogar zwei kleine Momente. Lassen Sie sich nicht von der zu verbleibenden Zeit täuschen, meistens stimmt das nicht. Da musste ich mir doch tatsächlich für die Demonstration gleich ein richtig großes Paket aussuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's. Das Programmpaket ist verschwunden. Einfach einen linken Mausklick auf Schließen. Und wenn man wieder zum Startbildschirm gelangen möchte, einfach auf die Windows-Taste drücken. Und das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.